O Adonai, Herr und Führer des Hauses Israel, im flammenden Dornbusch bist du dem Mose erschienen und hast ihm auf dem Berg das Gesetz gegeben. O komm und befreie uns mit deinem starken Arm. Liebe Freunde, der Mose vor dem Dornbusch will wissen, wer bist du denn? Und der Herr ruft ihm zu, ich bin der, ich bin da, der Herr. Und wir sehnen uns danach, dass wir doch endlich jemand haben, der unser Herr ist, der uns führt und dessen Gesetze wir einhalten, weil wir wissen, seine Gesetze sind uns zur Hilfe, zu uns, zur Stärkung. Dieser Herr, den ich erwähle und ich lade dich ein, dass du ihn auch für dich erwählst als deinen Herrn und Schöpfer, der dir das Gesetz der Hingabe der Liebe in dein Herz gelegt hat. Weihnachten heißt also auch, der Herr kommt, wir ersehnen uns nach ihm und gleichzeitig trage du ihn in die Welt, dass der Herr wirklich auch durch dich in die Welt kommt und sein Gesetz so lebendig vorgelebt wird, dass die Menschen sagen, schau, so wie der mit seinem Herrn Beziehung lebt, das möchte ich auch gerne.